Enno Hass-Bagen aus Quickborn fragt, warum macht sich die SPD eigentlich für die doppelte Staatsbürgerschaft so stark? Weil ich glaube, dass dieses genau das richtige Modell ist für unsere Zeit. Die, die gegen die doppelte Staatsbürgerschaft argumentieren, tun ja immer so, als könnte ich nur guter Deutscher sein, wenn ich aufgehört habe, auch ein Teil meiner Geschichte, meiner türkischen Geschichte, meiner afrikanischen Geschichte, meiner europäischen Geschichte zu vergessen. Ich muss also das eine ablegen, um das andere zu werden. Woher kommt das eigentlich her? Warum ist das so? Und tatsächlich kommt es ja daher, dass man immer glaubte, Staatsvölker können sich irgendwann im Krieg begegnen und in welche Armee wirst du eigentlich eingezogen. Bist du in der Deutschen oder bist du in der des Gegners? Aber das ist nun wahrlich nicht mein Weltbild bei der Beantwortung der Frage, wie gelingt Integration in Deutschland? Kann sich nur derjenige oder diejenige gut bei uns einbringen, der seine Vergangenheit abschneidet? Ich glaube eher umgekehrt, du kannst sehr stolzer und loyaler Staatsbürger dieses demokratischen Deutschlands sein, ohne dass du aufhören musst, auch ein stolzer Türke zu sein, wenn du denn dich zu unseren Werten bekennst, dann bist du bei uns willkommen. Und deswegen kämpft die SPD sehr für doppelte Staatsbürgerschaft, weil wir einfach nicht wollen, dass irgendwann Völker im Krieg gegeneinander stehen und ich mich entscheiden muss, zu welcher Armee gehe ich. Aber das ist, glaube ich, die Sichtweise vieler Konservativer, dass sie das immer noch erwarten. Und macht nochmal deutlich, so wenig Unterschied zwischen uns gibt es eben dann doch nicht. Also deswegen machen wir uns dafür so stark.